Gutes tun. Für sich und für andere. Mit Herz. Die Schokoladenbox ist Favorit. Die Kaffeebox ist Favorit. Manchmal ein Kaffeelikör dazu, ein schöner Keks dazu, verschiedene Kaffeesorten. Die Weinbox. Wir haben Weine aus Italien. Terra Libra, Anti-Mafia-Wein. In diesem Jahr legen wir Rezepte dazu. Die Currybox ist gut im Rennen und die Pasta-Box auch. Nudeln gehen immer, schöne Gewürze dazu, schöne sonnenreife Tomaten, leckeres, gutes Olivenöl. Das geht immer. Im Internet stehen Bestellzettel zum Runterladen und sie geben uns einen Auftrag, uns der evangelischen Jugend, was sie gerne zu Weihnachten verschenken möchten. Und warum nicht mal an Weihnachten etwas schenken, was auch den Produzenten eine Freude und ein Gewinn ist. Sie bekommen gute Ware in biofairer Qualität und wir, die Jugendlichen, setzen diesen Auftrag um. Wir packen ihnen schöne Geschenke, wir legen Stroh in den Schuhkarton, wir wickeln den Schuhkarton schön ein, wir schreiben ein persönliches Briefchen von der evangelischen Jugend, viele Grüße, in der Hoffnung, dass sie als Beschenkter oder sie, der sie das Geschenk weiter verschenken, Freude daran haben. Überall in Garbsen wird dieser Kaffee ausgeschenkt, im Rathaus, in allen Einrichtungen der Stadt Garbsen. Das ist großartig, damit haben wir die Produktion dieser kleinen Kooperative in Bolivien ungemein gesteigert. Hier im Gemeindehaus schenken wir diesen Kaffee aus und andere Gemeinden stecken wir damit an und es ist ein schönes Geschenk, das man weitergeben kann.